lasst uns beten dass hier ein speicherpunkt ist ich sehe gerade nichts nennen da ist eine wand zum kaputt schlagen da freue ich mich doch mach sie doch kaputt habt ihr hier die ganze zeit auf mich gewartet ich wusste nicht dass ihr diese bilder meint ich war bei den anderen bildern am ende der stadt ich nahm ein heißes dampfbad schade dass sie nicht dort war ich wollte gerade fragen mit wem er da redet er hat also selbstgespräche geführt ich würde da gerne jetzt nach rechts gucken hier war immer noch kein speicherpunkt alter wollte mich verarschen ich fange an zu kotzen wenn wir die ganze kacke noch mal neu machen müssen nur weil hier jetzt irgendwas passiert da bricht es wieder ein letten ja es war so klar da kommt noch mal kampf auf mich zu das ist natürlich auch lustig ich bin hier im wasser ich bin in dem wasser ich kann mich heilen ihr sterbt ihr sterbt und ich fall den wasserfall da nicht runter der dahinter mir ist ich komme nicht wieder drauf das ist noch ein sand container oder nicht hallo hallo dass das ich habe die ganze zeit schiss dass man da es zieht mich ja nach der nacht also jetzt da wasserfall technisch dass ich darunter falle ok das waren anscheinend alle gegner kann ich jetzt hier drauf ja endlich wobei es ist kein speicherpunkt es ist kein speicherpunkt so da habe ich angst runter zu folgen muss ich jetzt durch den wasserfall durchgehen leute leute hier ist nichts das war so klar wobei da ging es doch sogar weiter da war was zum zum alter da da ist was zum rüberhangeln es war noch kein speicherpunkt da ist ein speicherpunkt da ist er wollt ihr mich verarschen okay ich bin hier wo ich hätte ich werde so ausgerastet wenn ich die das dass die scheiße auf der anderen seite dieses türes jetzt noch weiter machen müssen ich hätte das spiel instant deinstalliert die ganze zeit auf mich gewartet ich wusste nicht dass ihr diese bilder meint ich war bei den anderen bildern am ende der stadt ich nahm ein heißes dampfbad schade dass dort war hör auf selbst gespräche zu okay das bricht ein das ist richtig gesehen habe ist da aber auch ein übergang kommt man denn das wird des rätsels lösung sein okay das ist nicht voll bekämpft die ganzen deppen hier da kommt okay wenn er sich jetzt mal so bewegen würde wie ich das wollte was er wieder nicht tut lalala ich glaube ich gehe mal hier so kommt her die kommen nicht auf kommen die nicht an land hallo ihr seid flieger ihr könnt hier wo kam die denn her ihr könnt ruhig hier an land kommen ich brauche nicht zu euch aufs wasser zu kommen okay so dann hätte ich gern das ding wieder so und dann würde ich mich gern heilen so und dann würde ich gern da hoch wo grundsätzlich geil was mich an der geschichte stört ist der fehlende speicherpunkt naja weitergehen 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 so und runter und hier wird jetzt eh wegbrechen aber nee da da bricht zwecks ist der und runter und jetzt darüber und runter und hier darüber springen ja oder so und dann darüber wandern da unten ist der speicherpunkt mein heißgesinn der speicherpunkt was wollen die viecher alter die habe ich nicht registriert wo kamen die denn jetzt auf einmal her alter alter geh weiter geh weiter geh weiter lass dich von den viechern nicht runterwerfen geh weiter geh einfach weiter geh doch weiter da und jetzt darüber und wie hier ist hier was neu leck mich am arsch so tatsächlich und dann hier jetzt da runter und so und dann und das ist die viecher wieder naja 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 die lassen sich gar nicht schauen ich glaube ich muss darüber springen so okay dann muss ich glaube ich darüber darüber springen und jetzt hier drüber wandern warum kommen die viecher jetzt nicht weiß ich nicht ist mir egal wenn sie nicht kommen ist geil so jetzt da lang laufen und yes beim nächsten mal fangen wir hier wo sind der speicherpunkt hin ja das ist wenn ich jetzt da hoch will um die vision noch mal zu sehen wow geht nicht das ist ja interessant ja gut ist egal ich will ja eh hier weg einfach nur weg hier hopp 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 ja und jawohl ich wollte gerade sagen geht das nicht kaputt das wäre ja jetzt gewesen so nun 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 treffe ich jetzt fahrer wieder oder anscheinend nicht aha okay dann geht wohl da lang weiter wird nein du solltest den wandlauf machen einmal wandlauf ja noch mal wandlauf das war knapp das war knapp das war knapp und noch mal wandlauf okay muss ich mich heilen nein muss ich nicht na gut wo bin ich jetzt hier wo wo geht es weiter da gut dass ich mein imberschwert habe mit dem ich hier mal ebenso die mauern zerschlagen kann das sieht noch mal nach wandlauf aus machen wir doch ja klar bricht hat wieder zusammen das ist ja logisch hier auch gibt mir bloß keine ruhe ja die auch noch haut ab ich kann nicht weiter warum bewegte sich nicht hallo du darfst dich bewegen ach mit dem schwert in der hand geht das nicht ok öfter mal öfter mal was neues ich denke mal darüber hopp ok wow ja ja macht hier doch alles noch voll hektik ist in ordnung das hat nicht so wirklich geklappt von wo hätte ich denn da jetzt abspringen müssen da hinten sind schatten an der wand von daher hätte es wohl sein müssen ok lauf 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 und von da jawohl ach du scheiße ok scheint stabil zu sein scheint doch nicht stabil zu sein ok kann ich so weit zurückspulen kann nicht so weit zurückspulen kann nicht so weit zurückspulen ja spulen noch ein bisschen weiter ok dann nein nicht so rum so rum so rum so und jetzt so rum so rum so rum und jetzt da lang weiter das sieht nicht aus als wird das jetzt besser alter weiter hopp und weiter das war ein bisschen verwirrend kamera höher und weiter und nein wird 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 jetzt hoch und rum 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 hallo rum ok dann halt andersrum ist in ordnung das sei jetzt nicht unbedingt aus als würde das jetzt besser werden vor allem das ende dieser version hat mir jetzt gar nicht gefallen ja beim nächsten mal fangen wir hier naja bin ich jetzt wieder an dem speicherpunkt oder bin ich jetzt wieder irgendwo anders und ich bin noch da es ist auch wahnsinn ok und nun ich bin von da irgendwo gekommen dann werde ich wohl hier hoch müssen so i hope so sehr da hinten ist und sand gedings gedönst ja dann nein das ist so kacke manchmal abzuschätzen vor allem weil er dann meint auf einmal noch ein bisschen weitermachen zu müssen so das ist einmal taste drücken da macht er so eine viertel drehung und die taste ein bisschen zu lang festhält dann hast du die karte wenn man sich daran gewöhnt hat ist es ja ok aber irgendwie ja ist die gewohnheit relativ schnell wieder weg so und zack ok nix brüchig doch war ach ja die vier sind hinter dir die sind immer noch hinter dir hallo hat er ja gerade so ein wirbel gemacht macht den wirbel noch mal kann ich den irgendwie sah gut aus hat nicht viel gebracht aber sah gut aus ja lauf darüber muss ich da irgendwann sein wie ich habe keine ahnung ich werde wohl an die leiter da müssen komme ich da so dran jawohl es überrascht mich jetzt dass ich die leiter hoch konnte hallo kamera kamera ich wollte die leiter noch mal runter weil ich weiß es nicht kann ich noch weiter runter ich kann auch noch weiter runter wofür alter kamera wofür ich kann da noch weiter runter ich hätte auch nein ich hätte auch da hoch gekonnt und ich hätte in der mitte auch noch weiter gekonnt wofür ich gehe mal hier oben weiter hier kann ich dann da eine leiter runter und damit wäre ich dann hier wo ich gerade auch auch hingekommen hätte glaube ich ja die kamera ist hier gerade so hilfreich das ist geil haut ab was nein die fiecher sind gemein die sind echt irgendwie hau ab du vieh was es gibt es doch gar nicht das war so klar haut ab komm ich laufe jetzt mal ich weiß nicht ob das richtig ist ich laufe jetzt hier ok es war richtig hier ist da ist eine leiter da ist eine leiter und die leiter mal runter hier ist ich kann mich heilen bin ich jetzt da musste ich doch hin laut vision oder warum es gab bestimmt mehrere wege runter also keine ahnung ist was um so leute wie mich zu verwirren gebe der person die sowieso gewisse orientierungsprobleme hat einfach mehrere wege die zum gleichen ziel damit kannst du dies noch mehr verwirren klappt hundertprozentig